Willkommen im Meerschweinchenkindergarten. Heute die passende Folge zu Ostern. Wir haben eine kleine Ostereiersuche vorbereitet und schauen mal, wie das heute ankommt. Hier kommt schon das erste Kind. Das ist natürlich eine neue Umgebung. Ah, die Mami ist auch da. Das ist unsere Rosa. Sind alle da? Ja. Oh, wer ist das? Da geht schon auch jemand auf Eiersuche. Ja, ich glaube, hat schon was gefunden. Wie heißen denn alle nochmal? Oh, warte mal. Ich finde, die erste Kindergartenstunde sollte auch immer Mami dabei sein. Kannst du dich ja noch erinnern an deine Kindergartenstunde? Ja. Sag mir nochmal die Namen. Also, Mädchen heißen Lila und Lara, Lucia und Leni. Und die zwei Buben? Leon und Lino. Das ist eine Aufregung. Alle sind aufgeregt. Ich glaube, die sind aufgeregt wegen den Affen. Ich glaube, die werden wirklich alle finden, glaube ich. Mama hat auch schon was entdeckt. Die Mutter sucht weiter. Das ist aber eine aufregende Stunde. Die Kleine sind circa knapp zwei Wochen alt. Waren jetzt gut behütet bei Mami. Jetzt wird es Zeit, ein bisschen was Neues kennenzulernen. Ein bisschen neue Eindrücke. Neue Umgebung. Da haben die Mutter und die Kehlen was gefunden. Ich glaube, das ist der Lino mit den zwei Buben dahinten. Oh, die Abendmutter wird von den Kindern umbringen. Ich glaube, ich stelle mal ein bisschen Nachschub noch rein. Den Gemüseteller machen wir eine kleine Vesperpause. Dass auch wirklich alle was bekommen. Ja, genau. Das sind sechs Stück. Das ist ein großer Wurf gewesen. Die Mami lässt sich auch stärken. Schau, jetzt hat sie es angeklappert, den Kindern gezeigt. Die stürzen sich alle drauf. Die anderen Kinder wollen aber noch weiter suchen. Mhm. Mhm. Hm? Alle essen was. Haben sich verdient. Große Aufregung. Alles neu hier. Ich finde, sie machen das aber ganz toll. Ja, sehr toll sogar. Für die erste Stunde. Mama blickt sich ein Stück Apfeln sicher. Ein Baby knabbert an den Apfel. Ein Baby knabbert an den Apfel. Das war die erste Kindergartenstunde für die Kleinen und dann noch eine Ostereiersuche. Das war total aufregend und lustig.